Hallo und herzlich willkommen zum ersten Video im neuen Jahr, ja leider heute ist der 13. Jänner tatsächlich, ich habe jetzt kurz noch einen Online-Fortbildungskurs besucht, was man halt so macht am Wochenende, weil ein 80-Stunden-Shop ist ja zu langweilig und komme endlich dazu, dass ich schon von allen Seiten vorgestellte The Art of Masters of the Universe Origins und Masterverse Buch im Dark Horse Verlag kurz zu besprechen, zu rezensieren, zu beobachten, zu begutachten, durchzublättern und mir ganz kurz nochmal zu Gemüte zu führen, vielleicht vorausschickend, also erstens das ist unser neuer toller Esstisch, naja, meine Frau hat ihn ausgesucht, ich habe ihn bezahlt und ist irgendwie eine schlechte Regelung gewesen und tatsächlich umziehen werden wir auch, also hm, das heißt die Frequenz der Videos wäre jetzt wahrscheinlich eher schlechter als besser, auch wenn ich das jetzt seit gefühlt drei Jahren verspreche. Ja, was wurde mir denn hier versprochen? Zum einen wurde mir die Deluxe-Version von Amazon versprochen, weil die habe ich nämlich bestellt, aber Amazon macht das jetzt schon die längste Zeit, dass sie einfach die Deluxe-Version von diversen Produkten stornieren und einem dann das reguläre Buch zuschicken und in dem Fall war es so, ich konnte mich gar nicht mehr erinnern, ich habe gedacht, ich habe wissentlich und willentlich dieses Exemplar bestellt, bis ich drauf komme, hoppla, wie soll es denn die Deluxe-Version, nämlich, sie stornieren es nämlich nicht wirklich oder nicht immer, die Deluxe-Version stand noch immer in meinen Bestellungen und eben, ja, ganz eigenartig. Also die Deluxe-Version hat ja noch diesen, ich glaube Schuber und diese Artworks und ist ganz, ganz großartig und ich glaube, es war ein guter Preis und ich habe sie halt nicht bekommen. Es ist mir aber eigentlich, ich will nicht sagen, es ist mir egal, aber das Buch ist halt das, was man erwartet, nicht mehr und nicht weniger. Es ist, es ist, machen wir es jetzt nicht so spannend, oh, das habe ich ja wirklich gut vorbereitet, genau, damit war es eingepackt, ja, mit dieser Hochglanz-Seite. Ähm, ja, das Buch, das Buch zeigt uns eben das, was wir erwarten, nämlich, ähm, hier ein Table of Content, äh, also Contents steht hier sogar, ein Vorwort, dann kommen die Origins, dann kommt Masterverse, hier noch ein paar Skripten, dann hier ein Vorwort von, ähm, lauter wichtigen Leuten, wobei ich habe es ja gar nicht geschrieben, ähm, ja, und dann kommen wir schon zu den Zeichnungen und zu den ersten Artworks, wie wir sie von den Origins-Verpackungen einfach kennen, muss ich nur schauen, dass ich die Kamera richtig halte, normalerweise nehme ich hier ein Stativ, aber dann ist der Ton immer so schlecht, weil dann ist irgendwie mein Mund woanders, ähm, tatsächlich, ähm, ja, äh, wieder mal suboptimale Voraussetzungen. Na gut, das kennen wir ja alle, nicht, das ist ja auf der Rückseite vom, vom He-Man, von, das ist auf der Rückseite von Skeletor drauf, von den Origins-Figuren und, ja, das ist eigentlich ganz cool, ja, ich sag mal, das ist ganz cool und ist eigentlich auch ein vielleicht, ähm, ja, ein Ansporn, dann haut man die blöden Cardbags einfach weg, frisst eh nur Platz, ähm, damit eh nie was anfangen und die Frau schimpft auch weniger, ja, nach dem Motto, ah, du sammelst mir zu viel, du hast so viel Zeug, ich hasse dich, ich will die Scheidung. Ich habe mich ja erst extra dafür eigentlich verheiratet, damit sie mir mit der Scheidung drohen kann, ja, das empfehle ich jedem, äh, nicht verheirateten Mann, das gibt dem Ganzen ein bisschen mehr Pfeffer. Ja, also, es ist, ich meine, das ist sehr schön gedruckt, das ist natürlich viel schöner so, als wenn man sich jetzt nur die, die Cardbags, Moment, die Cardbags anschaut, machen wir es lieber so, ja, so, Orko, wüsste ich gar nicht mehr, muss ich zugeben, an das kann ich mich noch gut erinnern, äh, meine E-Faces-Figur habe ich auch besprochen, da fehlt mir bis jetzt die Origins, ähm, Comic, Comic, ähm, Heftchen-Variante der Figur, die ging irgendwie mir vorbei, es ärgert mich, ja, habe ich nicht mitverfolgt, übrigens, es geht vorbei, es geht vorbei, es geht so einiges vorbei, nämlich irgendwie mein Enthusiasmus für die Laien, ich habe jetzt aufgehört, Masterverse zu kaufen, ähm, da vielleicht hole ich mir noch ein paar, wenn sie reduziert sind, aber wieso geht es mit den Origins nicht weiter? Also, da wurde ja einiges weniger angekündigt, aber wann geht denn der Verkauf los? Auf Metall Creation, also, da bin ich schon sehr gespannt, also, ich wollte jetzt nicht das ganze Buch herzeigen, ich wollte euch nur mal zeigen, eben, Masterverse, Artworks, ich finde, die kommen hier nicht so gut zur Geltung, die sind tatsächlich auf der Verpackung besser, aber auch hier wiederum, ja, wir können uns den Verpackungen dann entledigen, weil so schön sind die nicht und ich meine, klar, wenn man sie wieder verkaufen möchte, dann vielleicht nicht, aber, ja, also, was soll man sagen, uah, wobei, das ist ja ganz cool eigentlich, ja, ähm, ich möchte euch nicht mit Wackelkamera-Aufnahmen da auch quasi verscheuchen, uh, Snake Mountain, ja, das war ja einigen zu bunt, ähm, schauen wir mal, sind wir gespannt, wenn hier noch weitere Zeichnungen kommen, also noch weitere Figuren, ob es dann einen Folgeband geben wird, ich mach mal so durch, ja, also, es ist eine sehr schöne Sache oder eine sehr schöne Resteverwertung, so ehrlich muss man sein, ja, das ist der Aufwand dahinter, ist ja, jetzt abgesehen von Layout und Organisation und Druck und klar, ja, aber das Material ist ja vorhanden, das will ich damit sagen, man muss es nur in eine Form bringen, ist natürlich überschaubar und ist ein gutes Körperl-Geld, wie wir sagen in Österreich, ähm, insofern, klar, dass es man solche Produkte und Making-ofs und Art-of-Bücher macht, äh, habe ich voll das Verständnis, man darf sich halt auch nicht mehr erwarten. Ich gebe zu, also, jetzt gerade hier mit euch gefällt mir das Buch deutlich besser, als ich es, äh, zum ersten Mal aufgemacht habe, so knapp vor Weihnachten, glaube ich, habe ich mir gedacht, mhm, habe mir irgendwie mehr erwartet, kann aber nicht sagen, warum, weil, äh, what you see is what you get und jeder wusste, was er bekommt, trotzdem, muss ich sagen, ähm, ja, also, es hat, es hat was für sich, wenn man jetzt sagt, ah, ich habe eh meine Card-Bags, ich schaue mir die lieber auch so an, ich brauche die nicht in einer gewissen Ordnung, dann, äh, kann man auf dieses Buch auch verzichten, wer alle Bücher im Regal stehen hat, weil er glaubt, die Kinder freuen sich eines Tages über die Staubfänger, ähm, ja, werden sie nichts, sie werden sie wegwerfen, äh, der kann sich's zulegen, ja, weil hier gerade noch Mini, äh, Comic-Trap-Show ab, Trap-Show, ja, ha, Trap-Show abgebildet, ist vielleicht das noch als, ähm, Randbemerkung zum Schluss, tatsächlich gibt es jetzt Mini-Comic-Trap-Show und auch Webster, wie er ja auch reissued wurde in den USA, tatsächlich bei uns bei Sniff-Toys und die sind noch nicht vergriffen, was ich zuletzt gesehen habe, also, ich habe mir jetzt keine geholt, weil ich habe sie schon, äh, äh, bei Big Bad Toy Store bestellt und, äh, bin jetzt zu faul, da was zu verändern, ehrlich gesagt, ja, na, in diesem Sinne, ich wünsche euch was, also, Prosit, na ja, ist ja ein bisschen spät, solange ihr noch kein Sauerkraut gegessen habt, gilt's aber noch und, in diesem Sinne, schauen wir mal, was für spannende Dinge dieses Jahr kommen, ich habe noch ganz viel, ähm, Backlog vom letzten Jahr und vielleicht sogar vom Jahr davor, äh, vor allem bei Masterverse-Figuren, die hier herumkugeln, aber die muss ich jetzt alle in Kisten verpacken, oder Schlimmeres, ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, habt eine gute Zeit, bis zum nächsten Mal und lest, beziehungsweise sammelt weiter, tschüss!